Willkommen zu den heutigen VIVI News, der nächste Marvel NFT Drop steht vor der Tür und zwar nämlich als Comic. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall auch den nächsten Disneyland Drop an und wir schauen uns auf jeden Fall noch mal den Umikurs an und es gibt dort ein Update. Das sind wir von mehr hier zu diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein VIVI OG mit den wichtigsten VIVI News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Wir sind heute auf jeden Fall mit vielen Sachen dabei, die wir auf jeden Fall besprechen müssen, deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle mit dem nächsten Comic rein und zwar ist das nämlich Iron Man Hashtag 1 aus dem Jahr 1968 und wir sehen das Ganze hier mit diesen Covern und das Ganze ist der First Issue auf Iron Man in einem Comic, das heißt im Prinzip der erste Fehler von Iron Man in einem Comic. Der Drop wird stattfinden am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit, das Ganze natürlich wie immer hier im Waitlist Format, unter anderem habt ihr hier natürlich auch nochmal einen Breakdown von Corey und wir haben hier natürlich wie immer auch exklusive Rare wie auch Ultra Covers mit dabei. Die Ultra finde ich doch gar nicht so schlecht, gibt aber meiner Meinung nach stärkere Comics momentan in der App. Ansonsten hat das Ganze hier einen Listenpreis von 7 Gems und eine Total Edition Size von 7500 Stück. Wir sehen jetzt auch hier, dass es momentan auch in den Editions insgesamt runter geht bei den Comics von 10.000, mehr jetzt auf 6.000 bis 7.500. Ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, ich denke mal das ist der richtige Schritt in der momentanen Marktphase, um die meisten Comics noch umzuhalten. Und dadurch werden natürlich aber auch viele Ultra Covers extrem interessant, da wir hier gerade mal 375 Cover insgesamt haben, dann nochmal abzüglich der Cover, die Vivi sich selber einbehält. Also sehr, sehr interessant hier für die Exclusive Cover, da wir einfach sehr, sehr wenige Editions davon haben und sie noch Exclusive sind. Die Daten auf GoCollect sind ansonsten auch nicht allzu schlecht, wenn man sich das ganze Thema anschaut. Eine 9.9 wurde hier in 2023 für 106.000 verkauft, darf man natürlich aber nicht überinterpretieren. Wir haben hier insgesamt nur 3 Grades und das ist der First Issue of Iron Man. Das kann einfach dann ein bisschen höher gehen. Wir haben jetzt aber hier zum Beispiel bei der 9.8 insgesamt 35 Grades und dort einen Durchschnittspreis von 27.000. Das ist schon meiner Meinung nach relativ gut. Wenn man sich das Gesamte mal anschaut, man bekommt hier sogar eine 0,5 für nicht weniger als 230 Dollar. Also wir haben es auf jeden Fall hier schon mit einem Comic zu tun, was nicht allzu schlecht ist. Ich würde es aber an dieser Stelle auch nicht überbewerten. Es kann natürlich aber in der App relativ gut laufen, da es einfach den First Issue of Iron Man abbildet und dementsprechend vielleicht einfach eine größere Nachfrage da ist. Ich persönlich werde aber den Drop skippen. Ansonsten kommen wir zum nächsten Disneyland Resort Collectible Drop. Und hier sehen wir nämlich Haunted Mansion und mit insgesamt 3 Spirit Digital Collectibles wird das Ganze hier am 27. September, das heißt am Mittwoch um 17. deutscher Zeit, droppen. Und wie ihr jetzt auch schon seht, hier ein Collectible sehen wir jetzt auch schon hier. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das ankommen wird. Ich persönlich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es eher eine geringe Nachfrage haben wird momentan, dass es jetzt nicht die überkrassen Collectibles sind. Ich muss aber an dieser Stelle auch sagen, ich kenne mich mit diesen Collectibles nicht so gut aus. Das heißt, falls da irgendjemand mehr Informationen hat, gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich bin aber auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich dieser Drop starken wird. Ich persönlich werde diesen Drop definitiv skippen. Ansonsten kommen wir zu Ecomi und hier gab es nämlich vor einigen Tagen einen Bug bzw. einen Fehler im System, dass die Omi Rewards nicht ausgeschüttet wurden für 24 bis 48 Stunden in etwa. Und das Ganze ist jetzt aber wieder gefixt. Das heißt, ihr seht es in eurer App und ihr seht es jetzt auch wieder unter Omi.w.w. Und wenn wir jetzt gerade schon mal beim Omi Token sind, dann schauen wir uns den doch einmal ganz kurz nochmal an. Wo sind wir momentan? Wir sind jetzt momentan hier wieder unter den zwei Nullen und haben uns jetzt aber eigentlich relativ gut erstmal gefangen. Wir sind hier in eine Zone gekommen, wo wir auch schon vorher relativ gut Resistance wie auch Support bekommen haben. Wir sehen es jetzt hier zum Beispiel in der Vergangenheit auch, dass wir hier auf jeden Fall immer wieder auch unsere Punkte hatten. Das gleiche haben wir jetzt auch bestätigt bekommen. Wir haben jetzt hier unten uns auf der Zone ganz gut gehalten, wurden aber auch oben abgelehnt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir entweder hier jetzt in einer längeren Range, also in einer längeren Seitwärtsphase einfach uns aufhalten werden oder natürlich der Ausbruch nach oben kommen wird oder nach unten. Aber dort werde ich dich natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es dazu irgendwelche Neuerungen gibt. Und ansonsten wird auf jeden Fall diese Woche ein weiteres Art-Rack-Drop-Monster von X-Men und das Ganze ist der Trail of Magneto. Hashtag eins für alle Leute, die etwas mehr Geld in der Tasche haben. Die können sich das in der Web-App nochmal ganz genau anschauen. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.